Ja, guten Tag, alle liebe Freunde, die dich hören wollen, und von diesem Verfahren habe ich nun mit Sprecher drei Versaas gesagt, denk und ahm an alles, was du da ist, und heute wird die den Verragten wahr gewesen. Wir haben gleich vierkunde Freude, aber es wird die den Verragten wahr gewesen. Vielleicht ist es bei uns einzig mal das Problem, dass wir immer bloß an den Haaren denken, wann wir schon nöt kommen, dass wir bloß da an den unterloppen waren, für sie geholfen waren. Wer wäre an alles, was wir tun, zu denken, dass wir dort den Haaren, die ihr tun. Da wir am Samarus nicht und dort wie am Hand die ihr uns zum Sehen die Bibel gelesen und am Angebet, dort wie am Samarus, ihr mit Gott reden, dort wie ihr euch an die Zeit nehmen, wo wir mit den Haaren an die Zeit verbringen. Weil wir nicht so denken, die Arbeit ist so sehr wichtig, ich würde von dir dann doch mal die Bibel lesen. Ich will es, ich muss den dort an die Hand sprechen, wenn wir dort tun, was der Haar sagt. Der Haar sagt, wenn wir wollen, ich können und dann kommen mit ihm. Da das wird ihm so sehr frei. Und auch alles, was wir durch den Tag tun, dass wir das mit ihm helfen, dass wir das mit ihm helfen, dass wir das tun, um die ihr, dass wir dort tun, was er will. Wenn wir dort tun, was die Bibel sagt, was Gott an die Bibel sagt, was wir nicht sagen, das wird den Haaren freien. Wenn wir den Haaren tun, was die Bibel sagt, vielleicht hast du die Freie auch, wird erst an was die Bibel sagen, aber ich kann eine gute Route für dich, lese die Bibel. Dann willst du, da passt der, was die Haare von dir will. Wenn du an alles sehen, was den Haaren sehen will, wird sie gut umbauen. Wenn du die Überschwörung, die wird nicht bliecht bleiben, die verstärkt sich nicht für dich, die lässt sich sein an alles, was wir an was sein. Weil es wir keine sein, was groß an die Haare ist, dass alles, was eine Welt gemerkt ist und dass alles, was sie noch einmal wirkt. So viel Gesundheit, was sie uns schenkt, so viel Leute, was sie für uns haben. Aber wo das ganz klar zu denken ist, dass sie uns sehen will. Sie haben uns die Wahrheit gemerkt, dass wir kein Gerät wollen. Dort ist auch, wo die Haare will von uns, dass wir nicht bloß, wenn wir die Schwoiken, der Rating, der will auch dort wieder, dann auch wieder sein, dort unten dort auch erfahren, wo die Haare für die unten auch haben. Dort ist, wo der Kind wünscht, muss die Haare überträglich sehen, dass diese Wirkung ist. Halt, wo der Kind. Halt! Halt! Halt!